Mobil TV 22 mit über 100 Garage-Geschichten haben wir in den letzten zwölf Monaten donnerstags und sonntags zweimal in der Woche berichtet und werden weiterhin dieses für euch tun. Automobile, Oldtimer, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität. Und gerne würden wir auch über eure Garagenschätze die Geschichte dazu erfahren. Meldet euch auf www.tv22.tv und ich freue mich bei euch diese Geschichte zu produzieren. Diesen Bericht präsentiert euch Olymp-Heizungen, Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Ja und jetzt kommen wir mal zu einem weiteren Teil und jetzt werden wir euch einmal in dieser Garage das ein oder andere Rennauto vorstellen und dann gibt es eine wunderschöne Geschichte von unserem Matthias, denn er wird uns erzählen, was gibt es bei diesem Fiat zu erzählen und bei diesem Lotus und lasst euch überraschen. Wird sehr sehr spannend. Matthias, dann gehen wir eine Runde weiter. Machen wir eine Runde, war es gut. Meine Zeit, Fiat 131er Appart Gruppe 4 Fahrzeug, ein ganz ein seltenes, denn es ist nicht ein Rallye-Fahrzeug, wie jeder meint, sondern das ist ein Fahrzeug, das was auf der Rundstrecke bewegt wird. Und natürlich so ein Fahrzeug. Erzähl einmal über den Motor, über das Auto. Das ist jetzt mittlerweile wirklich eins im Fahrerlager von den Lieblingen. Also da werden wirklich, da bleiben die Leute stehen und schauen. Das wundert mich jedes Mal. Ist wirklich ein tolles Auto, 131er Appart, Gruppe 4. Haben wir allerdings einen 2-Liter-Motor und das Auto ist vom Besitzer so modifiziert worden, dass es für die Rundstrecke ist. Das war Gruppe 4 Teile verbaut mit Einzelradaufhängung und so weiter, was es so eigentlich nie gegeben hat. Und es funktioniert narrisch gut mittlerweile. Wir haben heuer einen neuen Motor reingekriegt und ein paar Verbesserungen. Von der Firma Prototec in Wien unten, ein Koryphäe auf seinem Gebiet, muss man sagen, der hat das wirklich sehr schön gemacht. Und seitdem schnurrt das Auto, das macht richtig Spaß. Und der ist ja verdammt schnell. Verdammt schnell. Jetzt will natürlich jeder wissen, 2 Liter, Fiat, Appart, was hat der PS? Ja, wir bewegen uns jetzt um die 230 PS. Also das ist jetzt was, wo man sagt, okay, das ist von der Standhaftigkeit und so weiter. Natürlich mit der guten Drehzahl, sage ich jetzt einmal, das ist schon richtig was Feines. Was ist denn da so das Highlight von dem, wenn man da sieht, die zwei oberliegenden Nockenwellen? Erzähl uns da einmal ein bisschen über diesen Motor. Nein, natürlich 16V Zylinderkopf, was selten ist, sage ich jetzt einmal. Natürlich umgebaut, ein Flachschieber mit der richtigen klassischen Kugelfischeinspritzung. Das ist halt natürlich zu der Zeit, wo das ist das Allerbeste, was du haben kannst. Ist auch jetzt für so ein Auto natürlich was obergeiles, sage ich jetzt einmal, schon allein der Klang von dem Ding ist einfach sensationell. Und so ein Kugelfisch, sage ich mal, nicht der Spezialist, bis zu 100 Prozent, ist das schon eine ganz nette Herausforderung, weil da ist bei jedem Wochenende ein bisschen zum Nachjustieren. Ist er zu fett, ist er zu mager und und und. Aber das ist schon sehr was Geiles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich kann mich noch gut erinnern, mein Papa am NSU, auch ein Kugelfischer, Einspritzanlage. Immer Stichsel immer mitgehabt, immer justieren, das war ganz interessant. Und ich muss sagen, wenn der richtig eingestellt gewesen ist, dann ist er auch richtig laufen. Und so wird es auch bei diesem Fiat sein. Jetzt fährt man mit so einem Auto, welchen Cup, wo fährt man da mit? Also wir bewegen uns da hauptsächlich im Histo Cup. Ist eine total nette österreichische Serie, es sind immer wieder sehr viele und sehr interessante Autos am Start. Und das Vereinigte ist wirklich familiär. Und da kann jeder, jeder Zuschauer kommt ins Fahrerlager, da kann sich die Autos hin, der kann einschauen. Und wenn der Fahrer rum ist, vielleicht kann einmal einsitzen oder was. Das ist da alles, alles möglich. Und das ist ja das, was mir am besten gefällt bei dem Ganzen. Wenn es dann in die Profiliga geht, wo dann alles abgesperrt ist, dass niemand hin kann und so weiter. Das gefällt mir weniger, deswegen, ich mag das einfach so. Und das ist ein toller Cup, der Histo Cup. 25 Jahre gibt es schon der Papa Michael und jetzt der Sohn David Steffni, die die Promoter sind von diesem Cup. Und nächste Woche, wie gesagt, geht es los wieder am Salzburg-Ring. Das Mozart-Finale, oder wie heißt das? Da fragst du mich jetzt zu viel. Ich weiß nur, dass es das Finale ist, wie genau. Aber normalerweise Salzburg wird es das Mozart-Finale sein. Ich freue mich schon nachher drauf. Es sind sehr viele eingeschrieben. Es sind auch einige Gastserien am Start. Ich glaube, die DCR Eastern Europe ist dabei. Was Modernes sage ich jetzt einmal. Dann auch die tschechische Formel 4. Und natürlich der Histo Cup. Also es wird sicher ganz ein neues Wochenende werden. Das wird spannend. Und wir von TV 22 werden vorbeischauen und das ein oder andere filmen und schauen den Matthias über die Schultern, wie er die Fahrzeuge einstellt und wie er die Michelle das Auto bewegt. Ja Matthias, Fiat geschlossen. Und jetzt kommen wir zu einem offenen, zu einem Formel. Das ist ja ganz interessant. Da hat man ein geschlossenes Auto, einen Tourenwagen, wo du eigentlich herkommst und dann betreut nicht nur ein Formel-Fahrzeug, sondern ein historisches Formel-Fahrzeug. Und da gehen wir jetzt gleich hin und schauen wir uns das an. Ja, das ist natürlich, das muss man sich auf alle Fälle anschauen. Vor Formel-Fahrzeuge habe ich immer ein bisschen gewährt. Das weißt du eh noch. Aus unserer Vergangenheit sage ich jetzt einmal, da haben wir auch schon einiges erlebt. Aber mittlerweile muss man schon sagen, so ein Formel-Fahrzeug ist halt einfach, ist ein Amplus-Ultra im Motorsport, weil da ist wirklich das, was du brauchst, freistehende Räder, da ist nichts zu viel, da ist kein Kilo zu viel. Hat schon auch was, muss man schon sagen. Ja, und sensationell. Ein Lotus auch noch. Und das lassen wir uns jetzt von Matthias erklären. Ein wunderschönes Fahrzeug, ein historisches Fahrzeug, ein seltenes Fahrzeug. Schauen wir hin. Ja, Lotus 51. Ja, leider steht da oben 52, aber sein tut es. Ein Lotus 51. Ein sensationelles Auto. Erzähl uns einmal über das Auto. Wo ist der früher eingesetzt worden und wer fährt das Auto? Ich möchte jetzt gar nicht zu viel von der Technik von dem Auto sagen, weil ich glaube, das kalt man es auch für eine andere Geschichte, weil der Besitzer von dem Fahrzeug, da kann ich das wirklich dann ganz genau erzählen, was da alles abgegangen ist zu der Zeit. Gerade einmal die Eckdaten. Lotus 51. Baujahr 64. Das war eigentlich das allererste, sage ich einmal, Cup-Fahrzeug. Und das ist damals nur 20 Autos gebaut worden, quasi als Vorklasse zur Formel 1. Das hat aber dann so geboomt, dass dann noch einmal 80 Autos gebaut worden sind und dann auch verkauft worden sind. Und die Rennserien waren wirklich sensationell. Da waren dann wirklich teilweise 50, 60 Autos am Start. Also was heute gar nicht mehr zum Denken wäre, was da los war. Also es muss eine richtig geile Zeit gewesen sein. Und das war sie. Jeder wollte Motorsport betreiben. Das war die Zeit, wo Steve McQueen mitgefahren ist in Le Mans. Das war die Zeit, wo der Motorsport richtig geboomt hat, wo er auch bei uns hier in Innsbruck geboomt hat am Flughafen. Und ich kann mich noch als Kind und als Spur erinnern, wo diese Renner gefahren sind. Und dann hat es auch eine weitere Serie gegeben, den Formel Ford Cup, der sehr, sehr weltweit geboomt hat. Der war die Vorserie zu dem. Genau. Das waren eigentlich geplant damals 20 Autos und es hat da ein Budget gegeben mit 1000 Pfund. Das ganze Auto hat nicht mehr kosten dürfen. Ist interessant, weil das Auto ist wirklich ernst vor ganz, ganz vor der ersten Serie, weil es hat noch ein Renault-Getriebe drinnen. Und das ist, ich habe noch kein Auto gesehen mittlerweile, was noch ein Renault-Getriebe verbaut hat, weil ein Jahr später ist die Kostengrenze dann gefallen. Und dann war der erste Schritt alle umgerüstet auf ein Ju-Lenk-Getriebe, damit man die Übersetzungen tauschen kann und so weiter. Was beim Renault-Getriebe nicht so einfach machbar oder gar nicht machbar gewesen ist. Und deswegen ist das schon eigentlich ein bisschen was Besonderes, das Ganze. Lotus ist dann in die Formel 2 gegangen, hat es dann lassen. Und dann sind halt die Nachfolgerserien gekommen, wie die alle geheißen haben, weiß ich jetzt auch nicht genau von der Formel Ford, wie dann die Hersteller waren. Aber da kann ich dann der Besitzer das nächste Mal alles darüber genau erzählen. Und da gefreut mir schon, das wird spannend. Und warte jetzt drauf auf www.dv22.com. Sie berichten wir nachher über die Serie. Der fährt sogar selbst mit am Salzburg-Ring und vielleicht bekommen wir ein Interview von ihm und vielleicht schon das erste technische Datenblatt über dieses Fahrzeug. Ja Matthias, das war der Teil über die historische Formelgeschichte, wo du ja zwei Autos betreust. Das ist ja noch ein Auto, wo du einsetzt. Was ist das vorne? Auch ein Lotus 51 sind eigentlich zwei identische Autos, bis auf den Unterschied vom Getriebe. Das ist noch ein Renault-Getriebe und der andere hat schon ein Julen-Getriebe, aber schon komplett identisch. Ja, da wird es schon noch ein bisschen teurer mit dem Julen-Getriebe, wenn man das übersetzt. Aber sehr interessant, was es alles gegeben hat. Ja, und jetzt gehen wir zu dem Teil über, wo es eigentlich spannend ist für den Matthias, zu den Minis. Weil da kann doch uns das eine oder andere erzählen. Schaut rein auf dv22, abonniert euch gratis und bekommt laufend das neueste auf unseren etwas anderen Sportsender. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Diebmar Brücke von dv22.